Hey Freunde, ich muss nochmal kurz vor dem Video ein kleines Vorwort halten und zwar haben wir am Anfang nicht erklärt, um was es in diesem Spiel geht, weil ich es nämlich in der Aufnahme verkackt habe und mir ist jetzt einfach nur noch das hier übrig geblieben. Nochmal Kurzfassung, das ist wie so Mario Party, das ist so ein Spiel, wo Minigames gemacht werden und das spiele ich mit Lars und Flo zusammen und da haben wir jetzt ein bisschen viel Spaß und ihr könnt ja einfach mal zusehen und ich glaube während dem Zusehen lernt man eigentlich schon, was da gemacht werden muss. Ist eigentlich recht simpel und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, tut mir leid, dass ich keine Einladung habe. Hallo Leute und willkommen wieder zurück. Ich spiele, ich nehme zu, oh ich nehme mal ganz neue, die ich noch gar nicht gespielt habe. Ich nehme Putztruppmann und Hutjagd. Putztrupp, was war Putztrupp nochmal? Putztrupp hast du auch nie gespielt, Robert. Vielleicht wirst du das ja jetzt in deiner Folge sehen, also. Oh mein Gott, ich habe nicht mal Putztrupp, das ist nur Lars. Das ist richtig witzig. Wuuu, Putztrupp. Oh, jetzt wird dir der Mutter auswählen. Ich war noch nie gestern. Nimm, oh was ist Teleporter. Könnte auch noch. Oh oh, drücke ein, der Luft nach vorne zu teleportieren. Oh oh. Ah, da kannst du dich nach vorne boosten. Oh oh, das ist krass. Ich spiel eine leckere Pizza. Oh nein, oh nein. So, wenn du dich nach links oder... Lars nicht springen. Lars gibt... Lars hat gewonnen. Mann, ich habe gerade... Dings Flo, wir haben beide den gleichen Fehler gemacht. Wir haben Doppel-A gedrückt, sind voll gegen die Wand. Wenn du jetzt Doppel-Aula-Doppel-Dings rechts drückst, dann boostest du da. Oh nein. Hey, dieses Teleporter ist echt blöd. Richtig blöd. Du darfst da kaum Doppel-Dings da... Farbrausch ist auch cool. Ich mag Farbrausch. Oh okay. Da muss jeder markieren, ne? Wer am meisten markieren hat. Oh nein. Wer das meiste einnimmt. Genau. Oh, warte. Oh ja, das ist der Grund der Wunsch-Spielmodus. Das ist der Grund der Wunsch-Spielmodus. Hol dir die Decker fest. Ey, dieses Teleporter ist richtig mies. Oh, der Gründer ist gestorben, wenn er sich nicht bewegt hat. Wer wird hier wohl gewinnen, meine Damen und Herren? Ey, ja. Okay, die Miner hat einfach die Miner hier aufgealter. Oh man, das war krass. Oh, ja. Eins hab ich mindestens gewonnen. Okay, Zuckerstock, Roman. Achtung, ach, oh mein. Ach so, das ist das Teleporter. Oh, 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 oh. Nein! Mist, das war so knapp. Roman, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Bewegen, bewegen. Nicht springern. Voll die easiest map. Achtung, jetzt, jetzt! Port, Port, Port! Nein! Muss ich porten? Nein! Oh, der hat Eifer! Ah, Mist, ich konnte ja porten! Ich trottel! Oh, Mist, ich hab's voll vergessen. Du musst halt immer aufpassen, springen zählt nicht. Ja, ich weiß, aber mit dem Port hättest du dich voll bewegen können. Okay, die Map ist einfach, die kann man schaffen. Nein! Ich bin einen dummen Weg gegangen! Ich bin einen richtig dummen Weg gegangen. Oh, Lars, alter, Lars rasiert da einfach durch. Aber immerhin bin ich nicht letzter. Nein! Mist! Warum ein Punkt für dritter Platz? Ich hab ne Errungenschaft bekommen. Passive! Okay. Hut jagt ist auch cool, ich mag Hut jagt. Ja, Hut jagt ist schön, wenn nicht der Panda gewinnt. Panda, gib mir das! Gib mir den Hut, Panda! Einfach kannst du ja porten! Ja, ja! Hey, wer hat denn den Hut? Lars! Hier ist er! Na! Gib mir den Hut! Hey, wie kommt man da? Das ist immer so blöd, dass der Hut einfach so dumm rumfliegt. Nein! Er hat ihn! Mist, gib mir den Hut! Ah! Nein! Oh, Flo! Ich hab den am längsten! Hä? Wie hattest du den? Putztrupp! Es kommt Putztrupp! Jetzt kommt Putztrupp! Was ist Putztrupp? Du musst einfach die Wand sauber machen. Ja, genau. Wer am meisten Saubert gewinnt. Wie cool! Cool, ne? Roman! Oh, wieso bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Wieso hast du denn wieder gewonnen? Es hat alle gestorben! Flo hat Hacks an! Man kann sterben? Ja, wenn du nur springst und nicht bewegst. Ah, so... Move or die! You know, move or die! Oh, 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 oh. Oh, Lars! Oh nein! Ja! Nice! Oh mein Gott, cool, cool. Der Grüne wollte Lars runterschubsen, ist aber auch mit runtergefallen. Oh, jetzt kommt Bombenfang, Bombenfang. Oh nein. Meine Pizza hat sogar so kleine Pilze drauf, habt ihr das gesehen? Oh nein. Oh, 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 oh. Ich hab gehört, da werden Bomben weitergegeben. Oh, der Panda hat, der Panda hat, oh. Ja, tschüss. Hä? Hä, du hast mir die Bombe gar nicht gegeben? Ja, ja. Hat einfach nicht geklappt. Oh, Flo. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich halte mich da raus, ich halte mich da raus. Oh Mist. Oh, Flo, komm mal. Oh Mist. Tschüss Flo. Oh, richtig gut. Oh, ja. Richtig gut. So, so nice. Was ist Rückschlag? Ach so, ja. Das mit dem S da, wo du S drücken musst und dann. Ach so. Boom. Ja, Roman, spielst du mit Controller oder so, oder? Was? Ja, ich spiel mit Controller, bei mir ist das X. Yo. Yo, du spielst sogar mit Controller. Ja, mit Controller ist das cool. Das macht echt Spaß mit Controller. Ich bin, glaube ich, jetzt so ungefähr auf 75 Punkte, glaube ich. Okay. Farbrausch. Farbrausch ist gut. Perfekt. Oh, da bin ich voll schlecht drin. Achtung, und wir, wir machen jetzt hier den Farbrausch. Ich laufe ein bisschen grün. Hä? Oh mein Gott. Roman, pass auf, du stirbst. Lol, ich konnte mich nicht bewegen, weil ihr mich die ganze Zeit geblockt habt. Wie habt ihr beide es geschafft, dass ihr sterbt? Ja, weil wir uns die ganze Zeit gegenseitig geblockt haben. Dann haben wir nur noch drum herum gesprungen. Aber der, Flo, du gewinnst locker easy. Ja. Easy. Aber Flo darf nicht gewinnen, weil der, der hat nämlich schon so viel. Haha. Zuckerschock. Zuckerschock, perfekt. Zuckerschock? Oh, das ist ne richtig miese Web, ey. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. So ein richtiges... Hä, wo kommt's? Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ich hab's bekommen. Alter. Oh mein Gott, das ist durch die Wand gegangen. Oh, ich hab's. Oh nein, oh nein. Nice, 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 nice. Tschüss. Oh, ich komm nicht runter. Oh, lol. Tschüss Flo. Wer spielt? So, Roman, jetzt sind nur noch wir zwei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das tut's doch gar nicht. Das tut mir leid. Oh mein Gott, das war mega unfair. Tut mir leid. Oh, Hutjagd. Okay. Hutjagd ist voll richtig mad, Alter. Das ist richtig schwer. Achtung, wer darf? Okay. Oh mein lieber Flo. Ich hab noch nie... Was ist Fly or Die? Fly or Die? Mach mal Fly or Die. Springen oder stirb. Hä? Wenn du nicht am Boden bist, regenerierst du. Hä? Springen, einfach springen, springen, springen. Wenn du stehen bleibst, stirbst du. Und wenn du dich nur am Boden bewegst, stirbst du auch. Da, wo ist der Hut? Der hat da unten den Hut. Der hat den Hut. Zieh ihm den Hut aus. Nimm ihn den Hut. Oh ja, die Pizza hat den Hut. Ja. Hör auf. Oh nein. Roman, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Roman, gib mir den Hut. Oh mein Gott. Ich bin gestorben. Bitte gib mir den Hut. Nein, Lars gewinnt. Oder... Nein, er hat gewonnen. Oh nein, ich hab nicht gewonnen. Das war der Ninja. Es ist ein Bot drin. Ah, jetzt ist ein Bot drin, Leute. Putz drum. Jetzt springen oder sterben, Jungs. Jetzt wird hier richtig die Wand gesäubert hier. Achtung. Ja, aber echt, ey. Oh, wunderschön. Guck mal hier. Die Putzkolonne. Muss ganz nach oben kommen. Ja, und dann kann man so runterspringen. Ich hab vergessen zu springen. Ja, perfekt. Ich hab grad so ein richtig gutes Gefühl gehabt. Oh mein Gott. Ich hab grad so ein richtig gutes Gefühl gehabt. Passt auf, Leute. Springen. Sonst stirbt ja. Okay, Bomben fang, Bomben fang. Roman, lass mich in Ruhe. Nein. Oh, tut mir leid, Lars. Oh, Roman. Was? Hä, wieso hab ich sie auf einmal bekommen? Irgendjemand hat sie sie gegeben, glaub ich. Hä, aber es war niemand in meiner Nähe. Ich war's nicht. Hä, es gab Videobeweis. Kann das mal bitte in die Kommentare schreiben, wie das passiert ist. Oh, Mann. Spring nicht vergessen, Jungs. Spring nicht vergessen. Flo, du spielst gegen den Bot, gell? Der Bot hat einfach gewonnen. Oh, nein. Der Bot hat noch mehr Punkte als Lars. Oh, was ist bodenlos? Achso, das ist, wenn diese Dinger da einfach weggehen. Ja, jetzt hat er mehr Punkte wie ich. Was willst du da sagen, Flo? Oh, springe, 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 springe. Nein, ich bin nicht gespielt. Nein, ey. Ich hab das voll vergessen. Oh, der Bot ist der Bot. Lars, der Bot ist besser als du. Das stimmt nicht. Ich bin eine Pizza. Niemand ist besser als ich. Spring, 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 spring. Spring nicht vergessen. Oh, Mann, bei dir. Mann, was ist denn das? Nein. Nein. Mann, das mit dem Springen ist echt dumm, ey. Ich muss sagen, das macht das Spiel viel mehr Spaß. Oh, nein. Oh, wie komm ich da hoch? Oh, da oben, da oben, da oben. Los, Roman, gib an. Hä, da kommt. Wie kommt das Spiel hin? Wie kommt das Spiel hin? Oh, der Bot. Flo, der Bot holt sich. Oh, nein. Bitte, bitte, nicht irgendwo. Oh, da oben. Da oben, da oben, da oben. Nein, 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 nein. Den kriegst du, den kriegst du. Roman, den kriegst du, den kriegst du. Oh nein, der Bot ist so gut. Alter, der Bot ist voll brutal. Wer hat denn den eingestellt? Farbrausch, okay. Okay, Farbrausch ist der Bot schlecht. Ja, Farbrausch kriegst du noch hin, Roman, den. Farbrausch ist dein Game. Oh, guck. Ich laufe jetzt einfach den Grünem nach. Ne, ich laufe jetzt einfach Lars. Nein, lass mich in Ruhe, Flo. Ha! Uuuuh! Der ist immer springen! Guck mal, jetzt vergessen. Oh nein. Springen nicht vergessen. Hol dir alles, hol dir alles, hol dir alles, Roman. Passt das Ding! Ja! Okay, nice. Ey, wir müssen jetzt grad gegen den Bot ankämpfen, ne? Wenn der Bot jetzt jetzt holt. Ne, ne, wir spielen auf 50 oder so Punkte. Echt auf 50? Okay. Oh, bitte lass mich. Ich möcht auch einmal. Oh, die Rixa! Roman, der hasst dich. Äh, Doppelsprung bitte. Doppelsprung ist cool. Ich hasse Skintauschen. Das ist so blöd. Ja, Skintauschen ist richtig für die Zuschauer. Das ist für die Zuschauer richtig blöd, ey. Okay. Oh, Rückschlag, ich bin so schlecht in Rückschlag. Ah, wir müssen nicht mehr springen, ne? Oh nein. Und tschüss. Nice! Der ist gegen die Decke gesprungen. Oh, 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 oh. Ich brauch noch einen Punkt. Roman, du musst jetzt nur noch dritter Platz oder besser werden. Okay, letzter Punkt. Hutjagd. Jungs, please let me do this. Na, Leute, ciao. Kein Bock auf euch. Der Flo hat den Hut. Er hat ihn. Oh Mann, du stirbst. Nein! Oh nein, ich bin zu viel gesprungen. Mann, Mann, irgendwie. Oh. Okay, das heißt, es gibt noch eine neue Runde. Ey. Was heißt, es gibt noch eine neue Runde? Es gibt noch eine Runde, weil ich einfach nicht mal dritter geworden bin. Oh nein. Oh nein. Aber das Hutspiel ist richtig schwer, Mann. Der ist richtig schwer, gegen einen anzukommen. Ja, und Flo hat gewonnen. Nice. Nice Flo. Oh, jetzt wird es ein knappes Runde. Oh nein, jetzt wird es ein knappes Runde. Oh nein, jetzt wird es richtig knapp. Oh, D. Oh nein. Oh, 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 oh. Tschüss. Mann. Er hat die Bombe, er hat die Bombe. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Pass auf, der Bott, gib die Bombe zurück. Roman, du hast schon gewonnen. Echt? Okay, perfekt. Oh nein, nein. Jetzt, Lars, du, der Bott. Jetzt, Lars, nochmal Ehrenpunkte. Komm schon, hol ihn dir. Mach ihn den Bott. Geh runter. Nein, Lars. Nein. Wieso? Oh mein Gott. Null Punkte? Wieso? Es zählt, glaube ich, nicht, wenn du so viel hast. Ach, man muss gewinnen, oder was? Oh, jetzt nochmal malen. Ein bisschen hier sauber machen. Hier, Doppelsprung, Leute. Doppelsprung. Pass. Du stirbst. Du stirbst. Ja, ja, ich beweg mich. Ich beweg mich. Los, go. Warte. Du stirbst, du stirbst. Ja, ja. Keine Angst. Roman, das machst du. Roman, das ist ein knappes Ding. Alter, bin ich gestorben? Ja. Flo ist gestorben, das heißt, wir vorher gekriegen. Nice. Hast du das am Ende nochmal gesehen? Alter, ohne Spaß. Richtig gut. 50 Points, Mann. Oh mein Gott, ey. Das ist richtig nice. Sport hat fast gewonnen. Das war richtig, richtig hart, ey, das Spiel. Oh Mann, ey. Oh, 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 oh. Ganz knapp. Ja, Level up. Mal gucken, ob ich noch irgendwas bekommen. Äh, echt? Ja, ich bin Level 4. Level up. Warte, ich muss ganz oft die Kiste schlagen und... Hey, ich hab den Ninja bekommen. Nice. Nice. Ja, mega cool. Voll geil. Wow. Und noch mal ne Mutation hab ich bekommen. Zeig mal, zeig mal. Was für ne Mutation hast du gekriegt? Ah, so. Warte, ich kann ihn gleich zeigen. Ja, den, den der Bot grad eben hatte. Diesen schwarzen Ninja. Den hab ich bekommen. Warte, ich zeig ihn nochmal kurz. Das ist der hier. Den hab ich bekommen. Nice. Nice, ne? Okay, falls es euch gefallen hat, schaut nochmal bei den zwei anderen Jungs vorbei. Die laden nämlich auch nochmal im Nachhinein nochmal hoch, ne? Wie es drei laden, alle gleichzeitig hoch. Schaut auf jeden Fall vorbei. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, netten Kommentar schreiben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auch. Um es geht vorbleiben. Ciao.